Hallo zusammen, es ist mal wieder endlich Zeit für eines der Videos der Top 5, und zwar der Top 5 Schulterübungen heute. Und wer sich schon die anderen Videos angeguckt hat, der wird merken, dass es jetzt hier nicht darum geht, dass man wirklich eine Auflistung der besten Übungen macht, sondern, dass ich in der ersten Minute klar mache, dass alle Titel, die so etwas versprechen oder Leute, die so etwas machen, nun ja, wenn sie es nicht ganz genau erklären, eigentlich falsch liegen, denn es gibt keine besten Übungen. Das Ganze wurde schon in einem meiner Lieblingsvideos auf diesem Kanal gezeigt, den Top 5 Brustübungen, wo es etwa nicht darum geht zu sagen, ob Bankdrücken mit Kurzhanteln besser ist als Fliegende oder sonst irgendetwas, sondern wie man ein komplettes 360 Grad Brusttraining aufbaut und was ihr beachten müsst. Denn ihr müsst letzten Endes individuell für euch herausfinden, was die besten Übungen sind und womit ihr auch am besten aufbaut, aber gewusst wie, ihr solltet zumindest ein bisschen was über den Muskel wissen, damit ihr auch wisst, wie ihr diese ganzen Übungen kombiniert. Und das ist das A und O. Es gibt keine losgelöst-Bestübungen, sondern Übungen bauen aufeinander auf. Auf jede Muskelgruppe ist bereits der Zusammenschluss von etwas Komplexerem. Selbst nur der Bizeps, B2, hat immerhin schon zwei Anteile drin, die man beachten sollte und hat auch eben dementsprechend Funktionen, mehrere, die er ausfüllt. Aber dann wird es komplexer. Gerade so etwas wie nur die Beine, die ja eigentlich auch aus einem vorderen und einem hinteren Teil bestehen, genauso wie die Arme oder auch der Rücken, da wird es richtig komplex, da treffen viele Muskeln aufeinander oder selbst so ein einfacher Schinken wie die Brust kann man mehrere Sachen beachten. Und genau das machen wir heute für die Schultern. Ich sage euch, wie ihr euer bestes Schulterprogramm zusammenstellt und ihr guckt einfach, auf welche Übungen ihr am besten reagiert. Denn zumindest solltet ihr die Schulter komplett trainieren und wissen, warum ihr das macht. Heißt, es ist wirklich eine große Konkurrenz da zwischen Schulterdrücken und Seitheben. Am Ende des Videos werdet ihr es beantworten können. Also fangen wir an mit der ganz einfachen Anatomie-Stunde. Und jetzt muss ich sagen, ist hier bereits schon ein kleiner Widerspruch drin. Das Schultergelenk ist das komplexeste Gelenk am ganzen Körper. Dennoch ist es im Prinzip von der Muskulatur so ziemlich die simpelste Muskulatur, die wir haben, wo wir nicht viel bedenken müssen. Beispiel, der Trizeps sorgt dafür, dass der Arm sich durchstreckt, aber auch zum Körper kommt. Und so haben wir öfters bei Muskeln mehrere Richtungen oder Funktionen, die wir beachten müssen. Bei der Schulter gibt es dafür relativ wenig zu beachten. Es ist simpel. Im Prinzip könnt ihr den ganzen unteren Teil des Arms, weil das Gelenk hier, das hat damit nichts zu tun, alles also nur, was zwischen diesem Gelenk ist, euch betrachten. Und da haben wir eigentlich hier statisch Schlüsselbein, da werdet ihr nichts bewegen, der Oberarm. Immer wenn sich der Oberarm nach oben bewegt, in alle Richtungen, vorne nach oben, seitlich nach oben, selbst hinten nach oben, ist die Schulter beteiligt. Weil die sorgt dafür, dass das, was nur runterhängt, dann nach oben kommt. Selbst wenn ihr dann irgendwie auch nur die Schulter hier anzieht, da ist der Nacken drin, aber die Schulter ist auch ein wenig mit dabei. Also, im Prinzip geht es immer nach oben. Und da gibt es jetzt eine ganz einfache anatomische Gegebenheit, die wir uns direkt schon, naja, vor Augen führen müssten. Und das ist, wir haben einen vorderen Delta, einen mittleren Delta und einen hinteren Delta. Und dementsprechend, der vordere zieht den Arm mehr nach vorne, so ungefähr in diesem Bereich hier. Der mittlere zieht ihn komplett zur Seite und der hintere zieht ihn nach hinten. Folglich, in Kombination, weil ja über dieses Gelenk auch alles andere geht, alle Handeln, die wir anfassen, am Brusttag, am Rückentag, gehen natürlich auch über die Schulter. Das heißt, zwangsläufig ist die Schulter immer dabei in irgendeiner Form. Ziehe ich etwas für den Rücken, geht ja auch meine Schulter nach hinten, mein Ellbogen nach hinten. Wie wir gelernt haben, da ist die hintere Schulter dabei. Am Brusttag, beim Bankdrücken, geht das Ganze nach vorne. Und dementsprechend ist hier auch die vordere Schulter dabei. Selbst beim Bizeps-Training spürt ihr öfters mal die Schulter. Das ist vor allem, wenn ihr hier mit nach vorne kommt. Also, das ist zu beachten. Und jetzt haben wir natürlich eine Reihe von Übungen. Und ich sage euch jetzt, wie ihr am besten euer Schulter-Training zusammenstellt. Fangen wir mit der klassischen Grundübung an. Alles, was nach oben gedrückt wird. Das ist Schulterdrücken an der Multipresse, Schulterdrücken mit Langhanteln, Schulterdrücken mit Kurzhanteln und natürlich auch an jeglicher Maschine. Alles, was über Kopf stemmt. Und hier gibt es Folgendes zu beachten. Auch hier, wir haben in der Schulter, wenn wir die benutzen, im Prinzip zwei Strecken. Die eine geht bis zu eurer Schulter selbst. Das heißt, mit dem Ellbogen überholt ihr oder kommt ihr auf die Höhe der Schulter. Und das andere ist, wenn es darüber hinausgeht. Rein anatomisch ist es schon mal ganz gut zu wissen. Der seitliche Delta würde es verhindern, dass ihr über diese Grenze hinauskommt. Testet es selbst. Selbst wenn der Ellbogen vorangeht und der kleine Finger, dann kommt ihr hier nicht weiter hoch. Geht anatomisch gar nicht. Erst müsst ihr das Ganze rumdrehen und kommt dann hoch. Und zwar genau in dem mittleren Teil über mehr oder weniger die Anspannung des vorderen Deltas. Der mittlere ist hier kaum noch beteiligt. Und das sagt uns direkt alles Mögliche, was natürlich erst hier beginnt, wie beim Schulterdrücken meistens. Wir fangen selten hier unten an, sondern es beginnt hier und auch hier unten sind wir direkt schon in der entsprechenden Position und heben das nicht erst seitlich hoch und ändern dann den Winkel. Nein, das bedeutet, hier geht es hauptsächlich auf den vorderen Delta. Schulter ist allerdings so ziemlich eine der einzigen, wenn nicht die einzige Grundübung, heißt Mehrgelenksübung für die Schulter. Und dementsprechend, weil es auch eine der wenigen Übungen ist, die ein Überkopfdrücken machen, rein von der Bewegung, kann ich empfehlen, lasst es hier und da im Training drin. Man muss sich nicht ganz davon verabschieden, aber es gibt durchaus Gründe dafür, warum man auch auf Schulterdrücken verzichten könnte, selbst wenn man volle, starke Schultern haben möchte. Rein funktional würde ich sagen, lasst Schulterdrücken drin, vor allem wenn ihr viele Übungen sowieso habt. Habt ihr also einen extra Schultertag, Schulterntrizeps, Schulterbizeps, eine Kombination oder sogar nur Schultern, ja, bringt diese Grundübung mit rein. Macht ihr das allerdings ergänzend, zum Beispiel am Brusttag und habt die Schultern drin, dann würde ich sogar sagen, lasst die Schulterdrückübung raus und konzentriert euch rein auf den wichtigsten Teil. Gerade fürs Bodybuilding, davon reden wir ja hauptsächlich hier auf dem Kanal, dem mittleren Delta. Der macht die Schulter richtig schön rund und das ist auch der Teil des Muskels, der für sich genommen bei allen anderen Trainings, die ihr in der Woche ansammelt, noch nicht so richtig drin ist. Der vordere Delta ist zu 100 Prozent, oh ja, damit meine ich 100 Prozent, nicht, der hilft zu 30, nicht zu 50, nicht zu 70 Prozent, 100 Prozent, ausgeschöpft am Brusttag. Und der hintere Delta ebenfalls zu 100 Prozent beim Rückentraining mit hohen Gewichten. Heißt, ihr könnt Checkmark dahinter setzen, hintere Delta trainiert, wenn ihr Rücken trainiert habt, vordere Delta trainiert, wenn ihr die Brust trainiert habt. Der mittlere noch nicht. Deswegen macht es sogar Sinn, euch natürlich darauf zu konzentrieren, den mittleren Delta besonders zu trainieren. An einem einzelnen Tag gerne Schulterdrücken ran, einfach damit ihr auch eine schwere Grundübung drin habt, aber ansonsten alles auf den mittleren. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu den Klassikern bei den mehr oder weniger Isolationsübungen, denn wie schon angekündigt, es gibt gar nicht so viele Grundübungen. Die einzige andere Grundübung, die es noch so ziemlich für die Schultern gibt, wäre nämlich Aufwärtsrudern. Das kennt ihr, wenn ihr ein Gewicht, klassisch hat man das früher vor dem Körper gemacht, breiter greifen und hochziehen, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Das kann man noch machen, das geht vor allem auch, weil wir hier wieder im unteren Teil sind, schön stark mit einer Grundübung mal endlich auf den mittleren Delta. Ist allerdings eine Übung, die mit Vorsicht zu genießen ist, im Gegensatz zum Schulterdrücken. Denn hier kann es den Handgelenken schaden und auch den Schultern. Wenn ihr also empfindlichere Schultern habt oder wenn ihr die niemals bekommen wollt, solltet ihr vielleicht von dieser Übung absehen. Ersatz gibt es genug, die werdet ihr wahrscheinlich nicht vermissen. Aber das ist so ziemlich die einzige andere Grundübung, heißt Mehrgelenksübung, bei der ihr noch mehr Gewicht draufpacken könnt. Ansonsten heißt es, jede mögliche Art von Seitheben ist hier King. Und die gibt es natürlich an der Maschine, etwas schönere und exoterische Maschinen wie diese hier, aber auch die kennt ihr mit den Rollen. Es gibt eine ganze Menge Tutorials auf meinem Kanal zum Thema Seitheben. Der klassische Weg ist es, mit Kurzhanteln das Seitheben einfach auszuführen. Und auch da gibt es viel zu beachten, damit ihr den mittleren Delta exakt trefft. Ungesund ist es nicht unbedingt die Übung, vor allem weil ihr hier relativ wenig Verletzungsgefahr habt, weil ihr nur kleines Gewicht benutzt. Aber auch hier, Abfälschungsmethoden sind hier schon fast Pflicht. Und um das letzte rauszuholen, ist es ganz wichtig, dass ihr den mittleren Delta auch trefft. Und daraus sollte so schon hauptsächlich euer Schultertraining bestehen. Und hier gibt es folgende Variationen, die ganz wichtig sind. Und das ist jeweils die Schwerkraft, von wo sie kommt. Beim normalen Kurzhantel-Seitheben, wenn ihr es hier hochhebt, dann habt ihr die größte Belastung natürlich im rechten Winkel zur Schwerkraft. Die Schwerkraft zeigt nach unten, euer Arm ist gestreckt, hier ist die größte Belastung. Während hier im unteren Teil so gut wie gar keine Belastung ist. Hier könntet ihr ganz viele Wiederholungen machen und es kaum spüren. Erst hier geht es langsam los und steigert sich dann bis oben hin. Heißt, wir haben eine nicht kontinuierliche Muskelbelastung und Anspannung. Und oben ist sie auf einmal ganz stark. Deswegen hilft man auch ganz gerne, um genau hier hochzukommen und kämpft dann nur noch dagegen an. Das könnt ihr allerdings verschieben. Zum einen, wenn ihr euren Oberkörper natürlich dementsprechend zur Seite bewegt. Heißt, wenn ihr auf einer Bank seid und euch hier gegenlehnt und dann mit einer Kurzhantel hochgeht. Dann schaut mal folgendes. Hier ist es wieder 90 Grad zur Schwerkraft. Aber ich habe hier einen ganz anderen Winkel zu meinem Oberkörper. Vorher hatte ich auch hier einen 90 Grad Winkel und war hier. Jetzt hier. Das heißt, an einem ganz anderen Stadium habe ich nun hier die maximale Schwerkraft. Bedeutet, wenn wir das mal wieder im Stehen angucken, hier hätte ich nun die maximale Kraft und die Hebelwirkung auf meine Schulter und nicht hier oben. Ich hoffe, das versteht ihr gerade. Und das könnt ihr natürlich auch anders herbeiführen. Zum einen helfen euch die Maschinen dabei, eine möglichst gleichbleibende Belastung zu haben. Hier ist von unten an ziemlich die gleiche Belastung wie oben. Das ist gar nicht mal so schlecht. Es heißt aber nicht, dass nur weil ihr eine ungleiche Belastung habt, dass das schlechter für Muskelwachstum ist. Das heißt es nicht. Nicht gleiche Belastung, gleich besser oder mehr Muskelwachstum. Manchmal ist es sogar genau das Gegenteil. Wird aber oftmals verwechselt, gerade bei Fitness YouTube. Was ihr natürlich auch machen könnt, das Ganze am Kabel. Das Kabel sorgt dafür, dass da, wo das Kabel verankert ist, die Schwerkraft natürlich herzieht. Das heißt, wenn ich neben mir einen Turm habe und es am Kabel hochziehe, auch dann verlagert es sich. Und zwar genau dann, wenn das Kabel im 90 Grad Winkel zu meinem Oberarm ist, da ist die größte Belastung mal wieder drauf. Und auch damit könnt ihr quasi Abhilfe schaffen und das verlagern. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und dadurch bringt ihr eine gewisse Variation selbst im Seitheben rein. Und neben den ganzen Seitheben Möglichkeiten, wovon ihr schon, würde ich empfehlen, zwei drin haben solltet. Nehmt zum Beispiel Klassisches mit den Kurzhanteln rein und noch eins an der Maschine oder am Kabel. Dann habt ihr auch zwei unterschiedliche Belastungspunkte, Schwerkraftpunkte drin. Und was ihr auch machen könnt, wenn ihr einen extra Schultertag drin habt, ihr könnt gerne noch den hinteren Delta trainieren. Es gibt so viele wahnsinnig kluge YouTube-Videos und YouTuber da draußen, die sagen, hey, die Schulter ist erst komplekt, wenn der hintere Delta auch mittrainiert wird. Und das unterschätzt man oft. Die meisten trainieren den hinteren Delta nicht mit. Und dadurch wird die Schulter nie richtig schön rund. Leider wird dabei vergessen, das, was ich am Anfang schon sagte, der hintere Delta wird ja schon mittrainieren. Da ist schon ein dicker Checkmark hinter. Wenn ihr jetzt also wieder am Schultertag eine Übung für den mittleren habt, eine Übung für den hinteren und eine für den vorderen, dann habt ihr schon zwei für die vorderen gehabt, dank des Brusttrainings, zwei für den hinteren und nur einen für die mittleren. Also ihr seht, wir kommen da so ein bisschen in Teufels Küche und letzten Endes ist der mittlere Delta derjenige, der eure Schulter am weitesten nach vorne bringt. Nun ja, deswegen meine Empfehlung, gerade beim Schultertraining hier unausgeglichen zu trainieren, weil ihr bereits schon in den anderen Übungen die Schultern mittrainiert habt. Das gibt es selten so markant und eindeutig wie bei der Schulter, weil die nun mal an allen beteiligt ist. Ja, eure Schulter ist sogar teilweise beim Beintraining beteiligt, wenn ihr nämlich Kurzhandeln in der Hand habt und damit Ausfallschritte macht. Das alles, was ihr greift, geht über die Schulter. Und wenn ihr den hinteren Delta trainiert, dann, das hier ist jetzt eine exotische Maschine, aber die kennt ihr alle, auch im normalen Sitzen mit Stackgewichten, dann geht das Ganze nach hinten. Isoliert, der hintere Delta, aber alles im Prinzip, was ihr zieht, geht natürlich auch hinten drauf. Sorgt nur dafür, dass ihr jetzt keine Ruderübungen direkt macht oder dergleichen, denn dann trainiert ihr auch schon wieder den Rücken mit. Und den haben wir doch schon trainiert. Das ist das Wichtigste, was ihr eigentlich zum Schultertraining beachten müsst. Deswegen hier nochmal mein Tipp, mittlerer Delta. Es gibt ein Sniper-Training, findet ihr hier. Deswegen Sniper-Training, weil es wie ein Scharfschütze genau nur auf diesen kleinen mittleren Delta abzielt und alles da drauf ballert. Und dann habt ihr eigentlich die Schulter ziemlich komplex trainiert. Und beim Schultertraining noch einmal der Tipp, den ihr, wenn ihr schon länger auf dem Kanal seid und mehrere Videos gesehen habt, der euch schon aus den Ohren raushängt. Aber hier kann ich nur empfehlen, gerade bei den Schultern ist weniger oft mehr. Den Grund habt ihr hier schon zehnmal gehört, denn die Schulter ist an allem beteiligt. Trainiert ihr den Trizeps, trainiert ihr den Bizeps, trainiert ihr den Rücken oder die Brust. Überall ist die Schulter ein bisschen mit drin. Im Alltag ist immer die Schulter ein bisschen mit drin. Selbst wenn ihr am Computer sitzt und mit der Maus etwas bewegt, ist ein Tonus auf der vorderen Schulter. Weshalb auch viele dort kleine Probleme bekommen. Impingement-Syndrom ist eins davon, was ziemlich häufig verbreitet ist, sowohl bei Trainierenden als auch bei Nicht-Trainierenden. Und damit ist nicht zu Spaß. Deswegen macht mal lieber ein bisschen weniger, auch wenn die Schulter ein geiler Muskel ist. Nein, ich muss mich korrigieren, gerade weil es ein geiler Muskel ist. Denn ihr wollt es ja auch richtig trainiert haben. Ich erzähle diesmal nicht an dieser Stelle die Anekdote davon, dass ich erst meine Schultern angefangen habe aufzubauen, als ich sie zwei Jahre gar nicht trainiert habe. Es bleibt dabei. So, ich hoffe, das hat euch etwas gebracht und gefallen. Mehr zu den einzelnen Schulterübungen findet ihr hier verstreut auf dem Kanal, wo ich auch diese Übungen vorstelle und was man da beachten muss. Solltet ihr allerdings etwas nicht finden, schreibt es in die Kommentare und ich mache gerne ein Video dazu. Ihr könnt diesen Kanal immer gerne mitgestalten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen hoch und checkt auch mal die anderen Top 5 Übungsvideos aus. Und auch hier, Wunschkonzert, schreibt es in die Kommentare. Ja, ansonsten war es das jetzt für mich. Abonniert den Kanal, da verpasst ihr nichts mehr und schaut euch all die anderen Videos an wertvoll. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, euer Gotti. Bis dahin, euer Gotti. Bis dahin, euer Gotti. Bis dahin, euer Gotti.